Quizfragen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Online-Kurses, die es den Studierenden ermöglichen, ihr Wissen zu reflektieren und zu testen. Wie bereits erwähnt, haben wir die von GitHub entwickelte Markdown-Notation für Aufgaben als Inspiration für Quizfragen verwendet. Lange Rede. Kurzer Sinn. Alles. Was mit Quiz zu tun hat, wird als Kombination von Klammern mit Klammern oder Klammern definiert. LIA-Skript unterstützt derzeit fünf verschiedene Arten von Quiz und einen sogenannten generischen Typ, mit dem benutzerdefinierte Quiz jeder Art erstellt werden können. Darüber hinaus ist es möglich, jedes Quiz mit zusätzlichen Funktionen zu optimieren. Z. B. Mit Hinweisen. Eine Auflösung, die angezeigt wird. Wenn der Benutzer das Quiz selbst löst oder auf die Schaltfläche »Lösung anzeigen« klickt, und schließlich, wie Sie es bei Aufgaben gesehen haben, können Sie jedem Quiz-Skripte anhängen, um anspruchsvollere Quiz zu implementieren oder einfach die Ausgabe zu protokollieren. Im folgenden Abschnitt stellen wir die fünf Arten von Quiz vor, die derzeit von LIA-Skript unterstützt werden. Darüber hinaus müssen Sie wissen, dass Benutzer nicht scheitern können. Standardmäßig ist es möglich, ein Quiz zu wiederholen, bis es gelöst ist oder der Benutzer auf die Schaltfläche zum Lösen klickt. Gezählt wird nur die Anzahl der Versuche. Wenn das Testen von Wissen zu etwas zutiefst Persönlichem wird, ohne die Anzahl der Versuche zu beschränken, warum sollte dann überhaupt jemand betrügen? In diesem Sinne soll LIA-Skript eine Sprache zum Lernen und zur Bildung sein, statt zur Bewertung. Wenn Sie möchten, können Sie dies jedoch auch mithilfe von Skripten optimieren, zwinkern das Miley. Ein Multipli-Choice-Quiz kann auch als Aufgabenliste mit vordefinierter Lösung interpretiert werden. Sie müssen also nur Ihre ASCII-Checkboxen mit zusätzlichen Klammern umgeben, denen eine Zeile Markdown-LIA-Skript folgt. Wie Sie dem Beispiel entnehmen können, spielt es keine Rolle, ob Sie Xein-markiertes Element mit Klein- oder Großbuchstaben markieren. Die Anfangsstriche für Quiz sind ebenfalls optional. Sie können sie weglassen und GitHub und andere Markdown-Ränder präsentieren einen einzelnen Absatz. Oder Sie können auch eine Einrückung von mindestens vier Leerzeichen verwenden, die von anderen Interpretern als Code dargestellt wird. Alle folgenden Darstellungen werden jedoch von LIA-Skript als dasselbe Quiz interpretiert. Wenn Klammern zum Definieren von Kontrollkästchen verwendet werden. Warum nicht Klammern verwenden, um Optionsfelder anzuzeigen? Im Gegensatz zu Multipli-Choice-Quiz kann nur eine Option ausgewählt werden. Sie können auch die Anfangsstriche weglassen und oder Einrückungen wie bei Multipli-Choice-Quiz verwenden und Groß- oder Kleinbuchstaben verwenden X, um die Lösung anzugeben. Sie können jedoch auch mehrere mögliche Lösungen definieren. Ein Benutzer kann möglicherweise nur eine Option auswählen, aber mehrere können richtig sein. Wenn der Benutzer also die erste oder letzte Option auswählt, wird das Quiz als gelöst markiert oder wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Lösung anzeigen. Klick werden beide Optionen angezeigt. Mit Single-Choice-Quiz ist es auch möglich, etwas Einfaches als Wahr- oder Falsch-Quiz zu definieren. Sie können auch mehrere Single- und Multipli-Choice-Quiz zu einem größeren Matrix-Quiz kombinieren. Die Vektor-Quiz werden jetzt einfach als Zeilen definiert, wobei Sie einen benutzerdefinierten Header definieren müssen, der die Lösungsoptionen darstellt. Es macht keinen wirklichen Unterschied, ob Sie Klammern oder Klammern innerhalb der Kopfzeile verwenden. Verwenden Sie Klammern, wenn Sie Klammern einfügen möchten und umgekehrt. Innerhalb des Quiz-Körpers, der die Quiz-Vektoren als Zeilen enthält, machen jedoch die Klammern und Klammern einen Unterschied. Die erste Zeile wird als Multipli-Choice mit Chatboxen dargestellt, während die zweite Zeile eine Sehngeld-Choice mit Optionsfeldern definiert. Die Anzahl der Elemente innerhalb einer Zeile muss nicht unbedingt mit der Anzahl der Elemente im Kopf übereinstimmen. Obwohl es seltsam gerendert werden kann, verursacht dies keinen Fehler. Sie als Kursdesigner können sehen, dass möglicherweise ein Fehler aufgetreten ist. Aber vielleicht verwenden Sie es mit einem bestimmten Zweck. Ein einfaches Text-Eingabe-Quiz wird nur durch zwei Klammern definiert, die die Lösungszeichenfolge enthalten. Für diese einfache Art von Quiz ist es derzeit nicht erlaubt, einen Anfangsstrich hinzuzufügen, aber Sie können optionale Einrückungen verwenden. Der Grund dafür ist, dass wir in Zukunft die Verwendung von Text- und Auswahlquiz überall, innerhalb von Absätzen oder Tabellen bis hin zu Lückentexten, erweitern möchten. Die Benutzereingaben werden mit ihrem Lösungsstring verglichen. Und nur wenn sie gleich sind, wird das Quiz als gelöst gekennzeichnet. Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig sein, die Eingabe zu bereinigen, um mit verschiedenen Schreibweisen, Groß- und Kleinschreibung und so weiter, umzugehen. Zu diesem Zweck können Skripte einem Quiz zugeordnet werden. Siehe dazu Abschnitt zugehörige Skripte. Finally Schließlich ist ein Auswahlquiz eine Sammlung von Lea-Skript-Markdown-Optionen, die durch vertikale Balken getrennt sind. Die Lösung wird durch die Option ONG definiert, die in Klammern eingeschlossen sind. Eine Option kann jede Art von Lea-Skripten-Line-Element sein und da vertikale Striche als Trennzeichen verwendet werden. Können Sie die Lesbarkeit durch die Verwendung von Zeilenumbrüchen vereinfachen. Diese Art von Quiz ermöglicht Ihnen mehrere richtige Optionen und Anfangsstriche werden aufgrund ihrer zukünftigen Verwendung als native Eingabe-Elemente für Lückentexte noch nicht unterstützt. Und Sie können Einrückungen verwenden, wie es für alle Quizfragen möglich ist. Generische Quiz können verwendet werden, um jede Art von Quiz zu definieren. Der Kursentwickler kann eigene Quiztypen definieren. Wobei die folgende Klammerkombination mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen einem Skript zugeordnet werden muss. Dieses Skript generiert nur eine Zufallszahl, gibt das Ergebnis in an aus Allert und prüft, ob der Zufallswert kleiner als 0,2 ist. Und wenn ja, wird das Quiz als gelöst markiert, sonst nicht. Somit muss die letzte Anweisung sein true. Um ein Quiz als gelöst zu markieren, alle anderen Werte werden als gezählt volls. Die Verwendung zugehöriger Skripte für Quiz wird ausführlich im Abschnitt Zugehörige Skripte beschrieben. Note all of the previous examples. Nicht alle der bisherigen Beispiele, die wir gezeigt haben, waren im Sinne der Zugänglichkeit perfekt. Obwohl diese Quiz für uns gut aussehen, sind sie möglicherweise nicht perfekt für Leute, die einen Screenreader benötigen, um einen Kurs zu durchlaufen. Sie können ihr Quiz jedoch verbessern, indem sie ihre Frage als Absatz stellen, auf den ihr Quiz folgt. Auf diese Weise wird Lea-Skript das Quiz mit ihrer Frage verknüpfen oder beschriften. Wenn ihre Frage mehr Elemente erfordert, ist es auch möglich, sie mit zusätzlichen Elementen zu gruppieren, indem sie sie in ein einzelnes HTML-Element wie eine DIV. Der DIV bekommt eine eindeutige Idee und die Frage wird mit dieser Idee gekennzeichnet, indem das arealer Beltby-Attribut verwendet wird. Alle der folgenden Elemente können zu jeder Art von Quiz hinzugefügt werden, die sie zuvor gesehen haben. Dies beinhaltet eine beliebige Anzahl von Hinweisen, eine detailliertere Lösung oder ein benutzerdefiniertes Skript, das die Benutzereingaben verarbeitet. Zu jeder Art von Quiz können Sie beliebig viele Hinweise hinzufügen. Das Muster besteht einfach aus zwei Klammern mit einem zusätzlichen Fragezeichen. Wenn Sie möchten, können Sie den Hinweisen auch Anfangstriche hinzufügen. Der Benutzer kann diese Hinweise Schritt für Schritt anzeigen, indem er auf die Glühbirne oder die Schaltfläche Hinweis anzeigen klickt. Und schließlich erfordern einige Quizfragen möglicherweise weitere Erklärungen, ob sie gelöst wurden oder nicht. Verwenden Sie daher einfach zwei Zeilen, die durch mindestens drei Sternchen definiert sind, um ihre Lösung zu gruppieren. Die Lösungserklärung kann eine beliebige Anzahl von LIA-Skript-Elementen enthalten. In diesem Fall enthält die Lösung eine ASCII-Art-Zeichnung. Aber es kann alles sein, wie ein Bild, ein Video oder sogar so etwas wie ein kleines Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der folgende Abschnitt enthält eine Liste von Anwendungsfällen und Ideen, wie Sie Quizfragen und Skripte zusammenverwenden können, um eine komplexere Benutzererfahrung zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise das Text-Quiz verwenden und auf unterschiedliche Schreibweisen oder auf saubere Anfangs- und nachgestellte Leerzeichen reagieren möchten, dann können Sie ein Skript an Ihr Quiz anhängen. Der AddInput is Binde-Marker, der durch die aktuelle Benutzereingabe ersetzt wird. Trimund-Toll-Our-Cases-in-Java-Skript-Funktionen-Methoden Die verwendet werden, um die Eingabezeichenfolge zu bereinigen. Die letzte Aussage Ihres Quiz-Skripts legt fest, ob das Quiz als gelöst markiert wird oder nicht. Nur wenn die letzte Anweisung Trills gelöst bewertet wird, ist es für jeden anderen Wert einfach ein fehlgeschlagener Versuch. Probieren Sie das folgende Quiz aus. Sie können nun DEM oder DEM auf verschiedene Weise eingeben, umgeben von Leerzeichen. AddInput wird durch den aktuellen Status des zu überprüfenden Quiz ersetzt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie die Eingabe aussehen könnte, können Sie jederzeit mit einem einfachen Experimentieren anleert, das die aktuelle Eingabe anzeigt. Die Ausgabe oder in Leer-Skript-Sprache AddInput wird durch einen String ohne Apostrophe ersetzt. Dies mag seltsam aussehen, da Sie Apostrophe innerhalb des Codes hinzufügen müssen. Aber alle Eingaben werden ohne zusätzliche Typ-Formatierung ersetzt, so dass sie auf unterschiedliche Weise verwendet werden können und sogar Codestücke enthalten. Ein Auswahlquiz wird durch eine Zahl definiert, die die aktuelle Eingabe darstellt, beginnend mit 0. Der Ausgangszustand ist mit markiert, minus 1 um anzuzeigen, dass noch nichts ausgewählt wurde. In diesem Beispiel A würde durch 0, B durch 1, C durch 2 und so weiter dargestellt. Ein Multipli-Choice-Quiz wird durch eine Reihe von Einsen und Nullen repräsentiert, wobei ein 1-Mittel geprüft wird und 0 das Gegenteil. Ein 10-Geld-Choice-Quiz verhält sich ähnlich wie eine Auswahl. Der Status wird durch eine Zahl dargestellt, beginnend mit 0, die die erste Option darstellt. Ein Quiz, das vom Benutzer nicht berührt wurde, wird minus 1 als Eingabe-Wart zurückgegeben. Da Matrizen-Arrays von Vektor-Quiz sind, wird ihr Eingabe-Zustand als Array von Multipli-Choice- und Single-Choice-Zuständen dargestellt. Also eine Liste von Listen mit Nullen und Einsen sowie Zahlen. Bei einem generischen Quiz ist der Entwickler dafür verantwortlich, den Status zu definieren und zu speichern. Somit erfolgt keine Eingabe. Der einzige Fall, in dem Add-Input durch einen Wert ersetzt wird, ist, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche zum Auflösen klickt. Dies wird durch die Eingabe angezeigt true. Es kann den seltenen Fall geben, dass Sie die Benutzereingaben an einen externen Dienst senden müssen, um sie zu überprüfen. Skripte in Liascript können auch asynchronen Code definieren, wie er im Beispiel dargestellt wird. In Liascript können wir einige Befehlsstrings verwenden, die ein bestimmtes Verhalten auslösen. Diese gelten global für alle Skripte und werden im Abschnitt Kommunikation genauer beschrieben. Außerdem sehen Sie im Beispiel einen Funktionsaufruf. SetTimeout löst die Ausführung der intern definierten Funktion aus, die eine Alert mit der Benutzereingabe ausführt und dann true an den internen Quiz-Event-Händler zurücksendet. Jedes Skript wird mit einem zusätzlichen Send-Objekt ausgeführt und sendt. Lias endet dieses An-Lia-Skript zurück. So könnte das Ergebnis auch von einem externen Dienst ausgewertet werden und dieses Ergebnis wird dann zur Steuerung des Quiz verwendet. Lassen Sie uns dieses Beispiel noch etwas erweitern. Das Send-Tool-Lia kann zwei Bedeutungen haben. Eine, wenn alles in Ordnung war, während die zweite das Ergebnis eines Fehlers sein könnte. Send-Lia kann drei Werte haben. Der erste ist die Meldung. Der zweite enthält detailliertere Informationen zum Ergebnis, die im Moment nicht benötigt werden. Während der letzte Wert Lias-Skript mitteilt. Ob alles in Ordnung war oder bei Verwendung, falls sie in Fehler aufgetreten ist. Der Standardwert ist immer in Ordnung. Wenn Sie also das folgende Beispiel ausprobieren, müssen Sie eine Sekunde warten, bis das Ergebnis ausgewertet wird, was in diesem Fall immer zu einem gelösten Quiz führt. Wenn Sie jedoch keine Eingabe hinzufügen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wir möchten darauf hinweisen, dass dies nur eine Methode ist, um ein Quiz mit JavaScript zu verschleiern, in diesem Fall mit der Funktion btoa. btr stellt einen Base64 kodierten ASCII-String, während Adop das Gegenteil der Fall ist. Sie können die folgenden zwei Skripte ausprobieren, um verschiedene Zeichenfolgen zu kodieren und zu dekodieren. Das Ergebnis ist ein Quiz, bei dem es nicht möglich ist, die Lösung sofort zu sehen, indem Sie einfach einen Blick auf das rohe Kursdokument werfen. Es kann mühsam erscheinen, diese nachgestellten Skripte zu erstellen und sie immer wieder Ihrem Dokument hinzuzufügen, was die Pflege und Entwicklung eines Kurses erschwert. In LIA-Skript können Sie jedoch Makros definieren, die verwendet werden können, um sich wiederholende Aufgaben zu lösen. Wie im Beispiel dargestellt, können Sie benutzerdefinierte Makros in einem HTML-Kommentar eines Abschnitts oder im Hauptkommentar am Kopf jedes Dokuments definieren. Wo immer Sie das Makro AdCastonQuiz in Ihrem Dokument schreiben, wird dieses Makro durch den Inhalt ersetzt. Der im HTML-Kommentar definiert ist, der zwischen AdCastonQuiz und steht AdEnt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Makros. Sie können Ihre Makros weiter parametrisieren. Wie Sie im Code sehen können, gibt es ein Ad0, das als Platzhalter interpretiert werden kann, der durch den ersten Parameter Ihres Makroaufrufs ersetzt werden soll. Das war's. Sie können bis zu AdCastonQuiz-Makros hinzufügen und wenn Sie einige Änderungen vornehmen, müssen Sie nicht alle Skripte durchgehen, sondern nur ein einziges Makro ändern. Durch die Definition von Makros ist es außerdem möglich, LIA-Skript-Bibliotheken zu erstellen, die in andere Kurse importiert werden können, siehe dazu auch Abschnitt Makros. Das Quiz zum Addieren zweier Zahlen wurde tatsächlich der Präsentation von Greg Wilson entnommen und gibt ein gutes Beispiel dafür, wofür Skripte verwendet werden können. Anstatt zu protokollieren und zu überprüfen, ob eine Antwort richtig ist oder nicht, sollten wir sie verwenden, um den Schülern beim Lernen zu helfen und zu versuchen, Muster in falschen Antworten zu erkennen. Wie Sie es für Aufgaben gesehen haben, kann auch das Ergebnis eines Skripts veröffentlicht werden. In diesem Fall wird das Thema durch das Output-Attribut definiert. Es können auch andere Skripte definiert werden, die die Ausgabe des Quiz abonnieren, siehe das andere Add-Input-Makro. Diese Skripte werden ausgeführt, wenn sich die Ausgabe des vorherigen Skripts ändert. Jedes Skript kann verwendet werden, um ein anderes Muster zu identifizieren, da Schüler aus verschiedenen Gründen falsch liegen können. Wir müssen solche Muster erkennen und richtig reagieren, anstatt nur scheitern und Erfolg zu messen. Mit Lea-Skript müssen Sie sich nicht gleich einen perfekten Online-Kurs ausdenken, sondern können ihn in kleinen Schritten anpassen und immer weiter wachsen lassen. 2-Digit Addition Ok, deutsche Artikel verhalten sich seltsam. Dies ist ein komplexeres Beispiel für ein generisches Quiz, das mit mehreren Skripten mit einer Eingabe verbunden ist, die mit einem einzigen Lea-Skript-Makro implementiert werden. Der folgende Code-Block zeigt, wie dieses Quiz tatsächlich implementiert wurde. sponge-Block zeigt, cercetning er drizzleritos, oder politics-Block bis zumинаrum LEDs 토 Wir sprechen Untertitelung des ZDF, 2020